Und wir sind zurück mit unserem Lack-und-Leder-Pornobalken-Jade. Ich denke mal, heute werde ich nur eine Folge aufnehmen. Ich habe mega krass Schmerzen. Ich werde das Ganze dann noch schneiden, damit ihr dann wenigstens morgen eine Folge habt. Und werde gucken, dass ich heute frühzeitig ins Bett gehe und... ...naja, dass es besser wird. So, der Killer hat jedenfalls eine Opfergabe. Das heißt schon mal, dass er nicht inaktiv rumstehen wird. Was sehr gut ist. Das hat man ja schon bei Bing-Bong. Sollte nicht nochmal sein. Das war nämlich echt doof. Und dann gucken wir mal, was die heutige Folge bringt und vor allem, welche Karte wir kriegen. Ich bin immer gespannt, welche Karte wir kriegen. Ich denke mal, ich werde dann heute auch ein kleines bisschen weniger reden, was ihr mir hoffentlich nicht übel nehmt. Aber ich habe wirklich wahnsinnig Kopfschmerzen. Ich möchte euch aber auch nicht ohne Video dastehen lassen. Deswegen versuchen wir heute unser Bestes, beziehungsweise ich versuche mein Bestes, das alles hinzukriegen. Weil ich habe ja mega Bock aufs Spiel, wirklich. Und ohne eine Runde wollte ich heute auch nicht ins Bett gehen. Und da dachte ich mir, gut, da kann ich auch aufnehmen. Wenn ich sowieso zocken möchte eine Runde, bevor ich dann schlafen gehe, da kann ich das auch gleich verbinden. So, los. Gideon. Na super. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich für Perks dabei habe. Okay. Wenigstens Selfcare. Äh. Okay. Hi. Wollt ihr meine Freunde sein? Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu laut gehört. Da kann ich dann rauslaufen. Wenn der Killer allerdings von da kommt, bin ich am Arsch. Ah. Okay. Den ersten Mal gleich fertig, das läuft super. Aber danach... Oh, das ist doch nicht wahr. Wer war's? Wer war's? War's los? Oder war's der andere? Schnell weg. Chaoten die. Kannst du mal aufhören, so laut zu atmen? Ist ja der Wahnsinn. Als wäre er schon Marathon gelaufen oder so. Geht's dir gut? Ich frage nur. Hallo. Komm, guck, guck, guck. Guck, 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 guck. Und jetzt langsam. Oh, ja. Viel zu viel rumgespielt. Und irgendwo ist der Killer. Und ich brauche noch... Und ich brauche noch... Das war, glaube ich, unter uns. Da brauchen wir uns nicht... Oh. Das war nicht unter uns. Das war da. Äh, da. Da. Da, da. Er hat sich ausgetrickst. Er hat sich gut ausgetrickst. So, guck mal, ob wir hier oben noch einen Gent finden. Ha. Tada. Aber ich habe noch gar kein Totem gesehen. Aber wir wissen jetzt wenigstens, was es für ein Killer ist. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm. Na, ha, 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 ha. Huch. Nein. Nein. Oh, oh. Hat er meinen Trick durchschaut? Er hat meinen Trick durchschaut. Oh. Ey. Mann. Macht irgendwer bitte mal die Haken kaputt. Oder so. Bitte. Seid nicht. Oh, die sind alle mega weit weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kacke. Oh. Die sind ganz schön nah. Hallo. Bitte. Bitte. Hallo. Wenigstens einer kommt mich retten. Ihr wisst schon, dass der Killer irgendwo hier erst mit herkommt. Ich meine nur. Der hat sowieso wieder auf mich abgesehen. Was war da? Was? Ne. Was ist denn das für ein Tunnel? Das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz. So ein Arsch. Ganz im Ernst. Hallo? Kannst du bitte runterkommen? Bitte? Und mich hochheilen so ein bisschen? Das wäre super. Ich denke mal, der ist da oben bei dem. Der da ist ganz entspannt an seinen Gins. Ich will mich jetzt erst mal schnell selber heilen. Das ist ja der Hammer. Ab in den Killerkeller. Wuhu. Komm, Kiste durchsuchen. Gibt Punkte. Krieg ich wenigstens ein paar. Oh, das ist für euch mega dunkel, glaube ich. Hier habt ihr was zu sehen. Einen schönen Haken. Von diesem Haken habe ich auch eine Jacke. Und ja, ich habe DVD-Merch. Das wollte ich nicht. Aber naja. Oh. Wo? Hallo. Oh. Ich könnte auch noch Haken sabotieren. Den Merk habe ich ja dabei. Ich, ich, äh, bevor wir mich noch selten... Okay. Dann nicht. Weiter geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Hey, Claudette. Was geht ab? Äh, Wand. Oh, Gott, das ist doch nicht wahr. Dann werde ich mal oben ein bisschen für Unruhestiften... Äh, für Unruhestiften sorgen. Bombs! Ha, 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 ha. Oh, das geht schnell. Das gefällt mir. Miau. Komm, put, put, put. Was? Oh, der war unter mir. Hui. Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh, nein. Ich weiß genau, wo du ihn hinträgst. Vergiss es. Okay. Hat's verledigt. Ich bin weg. Ich bin gerade wieder hochkonzentriert. Ich glaube, man merkt es. Da war ein Jen. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ist er jetzt unter uns? Neben uns? Über uns? Oh! Entschuldigung. Oh, oh. Gib mir mehr Paletten. Paletten. Ich brauche mehr Paletten. Paletten, 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 Paletten. Oh, er hat daneben gehauen. Er hat bestimmt gleich keinen Bock mehr. Hoffentlich. Du kriegst mich nicht. Ja, er ist runtergefallen. Oh, ich liebe diesen Trick und er funktioniert jedes Mal. Herrlich. So, jetzt fragen wir mal wieder einen Jen. So. Jetzt sind hier überall Paletten. Warum sind jetzt hier überall Paletten? Nein, 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 nein. Kacke. Ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Ich komme! Nein! Es tut mir leid, ich hätte dich gerne gerettet. Hallo, macht es Spaß? Na, pack mit! Wo läuft der denn hin? Oh, er hat sich freige-ge-ge-wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Ich bin leise und schnell. Ich bin doch mal weg! Keine Angst! Ich hole dich! Sobald ich weiß, wie ich runterkomme! Komm ich da runter? Hier komme ich runter! Bleib nicht gut! Habe es mir nicht! Ist da nicht wahr? Ja, ja, lauf! Ich lauf meinen Weg! Nein, nein, nicht weit runter! Oh nein, hier ist auch gleich ein Haken! Das war jetzt... Okay, er hat unseren Trick durchschaut! Naja... Shit happens! Jetzt kann ich nur hoffen! Wo ist die denn? Wo ist die denn? Sehe ich dich? Wo bist du? Da hinten! Hast du die Luke? Ist das der Ich-hab-die-Luke-Dans? Hast du die Luke oder nicht? Nein, anscheinend hast du die Luke nicht! Also entweder sie kommt jetzt rechtzeitig, um mich zu holen, oder sie bringt den Killer mit! Oder er! Sie? Ne Claudette! Oh Gott, danke Claudette! Ich werde dich nicht blocken! So... Fein machst du das! Ich glaube aber, den einen Trick kann man uns abschmieren! So... Ui, da höre ich was! Oh Gott, kriegen wir den? Wieso? Warum? Woher? Was? Oh nein! Aber lock ihn bitte weg! Das ist sehr gut! Nein! 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 Das ist gar nicht gut! Hä? Oh, der hat einen weiten Weg, das zu fragen! Das ist sehr gut! Nein! Und jetzt bräuchte ich tatsächlich wieder ein Werkzeugkasten! Dann ginge das hier alles schneller! Komm schon, Jake! Jake, du schaffst das! Alicia, ich komme! Ich werde dich da noch runterholen! Nein! Wo ist er? Wo ist er? Da! Ich werde dich da noch erkänzen! Ja! Oh! Oh, ich hoffe, sie macht den Ausgang auf. Das wäre sehr schön. Da hinten? Ernsthaft? Oh, Mann. Ja, ja, komm. Hä? Wo läuft denn der lang? Oh Gott, das schaffe ich niemals. Ne, der kökt mich vorher. Ach, Mann. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, komm, häng mich auf. Was? Oh, wieder einer, der es rauslässt. Wickel, wickel, wickel. Wickel, wickel, wickel. Danke, 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 danke. Bester Killer ever. Er war auf jeden Fall mega herausfordernd. Dankeschön. Danke. Ja. So, jetzt bedanke ich mich noch. Und das war echt eine lange Runde. Ich hätte eigentlich so ganz am Anfang gedacht, gut, dann schaffen wir wieder schnell. Thanks. Ups. So, wie viele Punkte? Juhu. Rang 17. 26.639. B.R.P. Na. Der war super. So. Ha. Sehr schön. So, das war diesmal eine längere Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ähm. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt mir ja gesund. Und bis zur nächsten Runde. Ciao.